Schönen guten Tag! Wie sieht denn ein Online-Semester aus? Welche Vor- und Nachteile hat der ganze Spaß? Solche und ähnliche Fragen haben mich in den letzten Wochen erreicht und genau deshalb geht es im heutigen Video um dieses Thema. Außerdem gebe ich euch drei hilfreiche Tipps, um bei Online-Vorlesungen einen größeren Lernerfolg zu haben und wie immer findest du zu den einzelnen Punkten des Videos die Zeit kurz in den Kommentaren und in der Videobeschreibung und damit legen wir auch schon los! Als erstes, wie sieht denn überhaupt ein Online-Semester aus? Stell dir einfach mal vor, 11 Uhr morgens, du sitzt im Pyjama vorm Laptop, löffelst noch deine Cornflakes oder Haferflocken aus deinem Frühstücksschälchen und dann schaust du dir die Vorlesung deines Dozenten an. So in etwa kannst du dir die digitale Lehre aktuell vorstellen. Das heißt, du gehst jetzt nicht mehr zur Vorlesung, du gehst nicht mehr zu den anderen Veranstaltungsformaten vor Ort, in persona, in Präsenz hin, sondern schaust dir alles auf deinem Laptop an, schreibst dort mit und machst so ziemlich dein eigenes Ding. Das heißt, die ganzen Veranstaltungen finden nicht mehr in der Uni statt, sondern bei dir zu Hause. Das gilt natürlich dann auch nicht nur für die Vorlesungen, sondern für Seminare, Übungen und jegliches anderes Veranstaltungsformat findet in einem digitalen Semester bei dir zu Hause statt. Das heißt, es gibt auch keine Übungsstunden mehr, in denen du Fragen stellen kannst, sondern alles findet digital statt. Das heißt, Foren werden intensiver genutzt, das Sprechstundenangebot muss intensiver genutzt werden, wenn man Fragen hat und es gibt natürlich einiges an Komplikationen, wenn der Dozent bzw. der Übungsleiter bzw. die Tutorin keine Ahnung von IT hat und dann dort auf einmal digital das ganze Veranstaltungsprogramm abhalten muss. Nun, was sind Vorteile eines Online-Semesters? Meiner Meinung nach gibt es zwei wesentliche Vorteile der digitalen Lehre. Erstens, das Lernen wird individueller und flexibler und das Ganze ist für dich als Person natürlich deutlich gemütlicher. Hinsichtlich der Flexibilität und der Individualität der Lehre gilt es zu sagen, dass diese Veranstaltungen meistens aufgezeichnet werden. Und selbst wenn sie als Livestream stattfinden, dann kann einer von eurer Freundesgruppe zum Beispiel immer diese Veranstaltung aufzeichnen. Das ist natürlich immer so eine Grauzone hinsichtlich der Legalität, aber wir sind jetzt mal pragmatisch und gehen davon aus, dass wir das einfach machen können. Und dann machst du das und dann hast du diese Aufzeichnung. Und diese Aufzeichnung kannst du bestimmen, wie schnell du die anschaust, das heißt langsamer oder schneller, 1,5. Du kannst entscheiden, wann du Pause drückst und du kannst entscheiden, wann du das Ganze anschaust. Das heißt, bist du eher so ein Typ, der morgens gut lernt oder abends gut lernt. Du kannst entscheiden, wann du es anschaust und dementsprechend lernst du auch besser, weil du es eben individuell auf dich abgestimmt konsumieren kannst, diese Lerninhalte. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ziemlich obvious, es ist gemütlicher für dich. Das heißt, du musst jetzt nicht zur Uni gehen, du musst dich jetzt nicht schick machen, wenn du darauf Wert legst, dass du da halt aufgebrezelt in die Uni gehst. Du kannst entscheiden, wann du es anschaust, wo du es anschaust, wie du es anschaust. Das heißt, im Pyjama, beim Frühstück, ob du es beim Abendessen anschaust oder wenn du auf Reisen bist, kannst du es auch anschauen. Das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht in den USA, weil dort ist die Lehre grundsätzlich viel digitalisierter als in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch einige Nachteile, die so ein Online-Semester mit sich bringt. Als erstes ist hier insbesondere vorzuheben die fehlende soziale Interaktion. Wenn du zur Uni gehst, wenn du auf dem Campus bist, wenn du mit Freunden Pause machst, das hast du natürlich in einem digitalen Semester nicht. Und meiner Meinung nach macht das eben das Studieren wirklich erst aus. Natürlich lernst du fachlich einiges dazu, schreibst deine Klausuren, hast Lerninhalte und bildest dich weiter. Aber was das Studium so mindestens 50 Prozent beiträgt zu deiner Weiterentwicklung, ist eben diese soziale Interaktion. Und die fehlt fast vollständig. Du kannst ja nicht mehr in die Veranstaltungen gehen, wenn alle Veranstaltungen auf einmal online stattfinden. Und das ist natürlich ein wesentlich großer Nachteil. Der zweite große Nachteil an einem Online-Semester ist die fehlende Motivation sowie der fehlende Alltag. Wenn alles aufgezeichnet wird bzw. du die Livestreams gar nicht anschauen musst, weil deine Freunde das zum Beispiel für dich aufzeichnen, dann fehlt dir einfach so ein Alltag. Das heißt, du wirst nicht gezwungen, etwas fürs Studium zu machen und dementsprechend werden viele von uns, viele von euch nicht in der Lage sein, sich zu disziplinieren, diesen Alltag, die Routine, das Momentum aufrecht zu erhalten. Und dementsprechend kann es passieren, dass viele von uns in einem Online-Semester das Studium nicht so gut meistern, wie sie es meistern würden, wenn das Ganze mehr mit einem Alltag verbunden ist. Weil selbst wenn man keine Anwesenheitspflicht hat, wie das ja in vielen Hochschulen und Studiengängen der Fall ist, dann hat man wenigstens seine Freunde bzw. seinen Alltag, dass man eben halt doch zu den Vorlesungen, Übungen geht, weil man das halt routiniert drin hat. Aber wenn man jetzt die Wahl hat, entweder was mit Freunden zu machen oder irgendwas anderes zu machen, Netflix und Co. Oder sich eine Online-Aufzeichnung anzuschauen, die man auch noch drei Stunden später anschauen könnte, dann wählt man natürlich eher das mit den Freunden, wenn man nicht die notwendige Motivation in dem Moment hat. Und dementsprechend wird es vielen von uns recht schwierig fallen, in einem weiteren Online-Semester sich zu disziplinieren und zu motivieren, dort wirklich Gas zu geben. Und der dritte wesentliche Nachteil eines digitalen Semesters bzw. der digitalen Lehre generell ist es, wenn man Aufzeichnungen hat und das Ganze nicht live anschaut, dann fehlt einem natürlich auch die Interaktion mit den Lehrern bzw. mit den Dozenten, Tutoren, Übungsleitern. Das heißt, wenn jetzt das Ganze nicht in einem Livestream stattfindet oder halt in Persona vor Ort, dann kannst du nicht direkt Fragen stellen, sondern du musst dir die Fragen notieren, diese Fragen dann natürlich auch stellen. Und da musst du dich natürlich auch bemühen, dass du eine gute Antwort bekommst. In der Vorlesung, in der Übung, im Tutorium ist das natürlich anders. Da hebst du deine Hand, stellst deine Frage und bekommst im besten Fall eine gute Antwort. In Vorlesungen ist das natürlich immer recht kritisch, aber im Fall von Übungen und Tutorien ist es ja viel bequemer, wenn die in Präsenz stattfinden, Fragen zu stellen, weil die Übungsleiter bzw. Tutorinnen deutlich mehr gewollt sind, dir zu helfen. Das sind Leute in unserem Alter, die halt ein, zwei Jahre voraus sind und da fragt man auch mal lieber eine Frage. Und das fehlt halt, wenn das Ganze aufgezeichnet wird. Nur wenn das im Livestream stattfindet, dann kann man ja direkt Fragen stellen und selbst dann ist es natürlich recht schwierig für so einen Tutor bzw. eine Übungsleiterin, diese Fragen immer zu beantworten, ohne aus ihrem Konzept zu kommen. Deshalb ist das natürlich ein entscheidender Nachteil, dass dir eben diese fehlende Interaktion mit den Dozenten und anderen Lehrmitarbeitern fehlt. So, zum Schluss gebe ich euch noch drei Tipps, wie ihr in Online-Vorlesungen bzw. im digitalen Semester euren Lernerfolg steigern könnt. Erstens, pack auf jeden Fall dein Handy weg. Mach es irgendwie ins Bett, scheiß aus, lad die App runter, sodass du die ganzen Apps nicht zugreifen kannst, die dich ablenken können. Aber sorg auf jeden Fall dafür, dass dich das Handy während der Vorlesung nicht ablenken kann, weil du wirst merken, wenn du das nicht tust, dann wird dein Handy auf jeden Fall dein bester Freund werden und dann dafür sorgen, dass du nicht aufpasst. Tipp Nummer zwei, schreib mit. Gerade wenn das aufgezeichnet wird, dann kannst du deine Vorlesungen pausieren und dann kannst du in deinem Tempo schon deine Nachbereitung, deine Zusammenfassung schreiben und somit extremst viel Zeit sparen. Und Tipp Nummer drei, stell auf jeden Fall deine Fragen in Foren bzw. nutz das Sprechstundenangebot, wenn du irgendwelche Verständnisfragen hast. Es ist ziemlich riskant, irgendwelche Verständnislücken zu haben. Meist kann dir das in der Klausur die ein oder andere Notenstufe kosten. Und gerade in Zeiten von Corona, in Zeiten von diesen Online- oder hybriden Semestern sind die Lehrstuhlmitarbeiter gewollt, dir weiterzuhelfen. Deswegen nutze auf jeden Fall diese Möglichkeit, weil gerade jetzt ist die Chance da, die Lehre zu revolutionieren, weiterzuentwickeln. Und da muss man natürlich auch diese neuen Möglichkeiten nutzen, digitale Sprechstunden, die Foren und so weiter und so fort. Und ja, das war es mal wieder vom heutigen Video. Bitte stell mir deine Fragen, wenn du irgendwelche Fragen zu diesem Thema noch offen hast. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach unten und konstruktive Kritik in die Kommentarspalte, wenn es dir nicht gefallen hat. Und drück doch gerne den Subscribe-Button und die Glocke, wenn du mehr solche Inhalte sehen willst. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.